Es reicht ausgeleert. Jetzt will ich die Bären rausnehmen. Das reicht wieder voll. Ich glaube nicht, dass du jemanden dazu geworfen gleich wieder einsammelst. Das ist ein Fehler. Oh, come on. Das ist so cool. Super. Always a pleasure. Prick. Es sind die Leute wie du, die die Historien einen schlechten Namen geben. Ich bin Angst, dass ich nicht Zeit für dich heute, Herr Hastings. Danke, dass ich mein Job einfach mache. Oh, Scheiße. Es sieht gut aus. Musterberg, Agent Acosta. Geh mit ihnen, bitte. Geh sie! Schrauben sie runter! London, 1868. Jetzt kommt noch eine Video-Sequenz. Nach einer Video-Sequenz. Es sind so viele Leute alle einmal. Ne, das, das hebe ich mir auf. Pause. Das ist nur der Weg, den Vater beschrieben hat. Jetzt, um Henry Green zu finden, und formulieren einen Plan für den Krieg gegen die Temperaturen. Hier ist Mr. Green wieder. Der Assassin, der über London schaut? Hast du nicht die ersten drei Mal gehört? Hört auf was? Ui, schau es. Benpon, Sir. Ui, komm zurück hier, du schuldige Dipper! Kommt noch ein Tutorial in Sachen Stadtfolgen, da war klar. Ach, Elektronik, da braucht man ja auch wieder so viel Zeugs, ne? Ne, gar nicht. Du brauchst nur Silizium-Pären und Metall. Hauptsächlich. Ach, das ist doch praktisch. Ich hab schon... Ich hab das gesehen, ja. Wie haben wir denn hier schon? Und das viel Problem, was du brauchst, war für die Crafting Station die Dicke. Ja. Bei dem letzten Tilo-Byte, da hab ich, äh... Nächstes Öl-Räutig. Ich kriege den Titin, aber keine Pferlen. Ich kann doch die Piefen gehen. Die Piefen bringt Öl. Axt bringt wahrscheinlich Erlen. Aber sie läuft ein ja nur jede paar Tage einabieren, wie ich. Da ist ein Flattervieh in unsere Tür. Von Thor. Ich kann nochmal eins zählen, aber ich weiß nicht, was man mit dem Flieger machen soll. Ach. Ach. Wo ist Mr. Green's Shop? Es war auf der Father's map. Ja. Du hast ja auch. Du hast ja auch geschaut. Du hast ja auch. Du bist ja auch. Ich habe ihn nicht, dass du weinigst, du weinigst über deinen Vater. Danke. Was können wir uns über Crawford's Starrick? I suppose the council desires news. London must be freed to provide a better future for all of its citizens. For thank goodness the council saw reason and sent you to aid us. Yes, thank goodness. One way, genau. 10 kristall und sie passt mit einer Glasscheibe. Here Staric sits the helm of the most sophisticated Templar infrastructure known in the western world. Every glass, every borough, the kind, the industries, his reach extends all across London. I've always thought of myself as a gang leader. Firm, but fair. Huh. Well, I have uniforms. And I'll unite a mix of disenfranchised outsiders under one name. That's it, Evie. We can rally them to our side. Oh, like the way that you rallied those card players at the airport tavern into the river. Oh, that was different. They beat me at wrist. I can see it now. We'll call ourselves the Rooks. You were never good at chess either. Have you got a better plan? Find the piece of Eden. Oh, well, let me show you the lay of the land. Shall we? yeah. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Hmm. Yeah, I'm sorry. Der immerhin zweimal Zement packte, ha ha ha. Schau, was Starek für die Stadt getan hat. Whitechapel ist mit Krieg gegründet. Kinderlärmung, ohne Regulatungen. Eine Gang, die die Blighter überläuft die Straßen. Und die Templer manipulieren hinter den Szenen. Wie in allen anderen Burgern. Wir müssen diese Stadt zu den Menschen, die sie in den ersten Platz gegründet haben. Wir werden London von Starek freien. Du hast mein Wort. Und meine Rooks? Vier Eier haben wir schon. Vier Passion ist inspirierend. Komm. Lass es zurück in meine Shop, und ich bringe dich auf den Rest. Ihr verschieden. Nein. Richtig. Hier bin ich stehengelegen. Ich hoffentlich mein Tutorial fertig. Ciao, Bella. Total realistisch. Man beachte, wie hoch der Turm ist. Ja, weil nämlich bei Assassin's Creed die Turm immer wachsen. Ganz unauffällig. Das ist eine Artifache. Das ist eine Artifache. Die Peace of Eden. Also, erzähl mir über diese Blighters. In search of an army. Starek gathered up the nastiest of the Underworld. Some of the city's gangs tried to prevent it. Und wurden für ihre efforts. Jetzt, nur Whitechapel's Klinkers remain opposed. Aber sie sind nicht für die Blighters. Das ist eine Artifache. Das ist eine Artifache. Das ist eine Artifache. Das ist eine Artifache. Sie können nicht ernsthaft sein. Evie. Sie sind bereit für die Blighters kämpfen. Das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Lundern. Hier kommen die Rooks. Hier kommen die Rooks. Hier kommen die Rooks. Das ist das. Hier kommen die Rooks. Nein, das ist genau. Das ist eine Artifache. Der Drog. Es wird nicht mehr endet. Ich weiß, dass die Rooks kommt jetzt an. Das ist eine Artifache. Ich habe das. Ich werde das nicht umfassieren. Ich werde darauf an. Aber nur die Providence wissen, Wenn du in der Lage bist für einen Taillern oder zwei, kannst du mich immer finden, wo der Alkohol warm ist und die Temperaturen heißen sind. Ta-ta! Charles Dickens! Was ein wunderschön Mann. Der Mr. Fry war Charles Dickens. Er kennt alle und alles in der Stadt. Wenn ich dich wäre, würde ich diese Verbindung in deinem Hinterkopf bleiben. Kalogs Gang ist nahe. Sie müssen mich nicht zurück nach meinem Shop. Wir werden es umgehen. Ja. Wir werden es umgehen. Oh Gott, ich hoffe so. Meine Karriere ist nahe. Ich werde sie mit dem Entfernen auf meinem Weg gehen. Ich werde Sie in der Kurio-Shop treffen. Okay. Let's go. Let's go. Das sind das gefährdet. Das ist ja BKT, ja. Das ist so ein Thema, die gehen unendlich lange geradeaus. Schießen kann ich nicht. Ist das geil gemacht? Oh, ist das geil? Das ist so knapp, das ist neidkampfwurst. Sie sagten, dass wir helfen können. Aber dieses London ist das geil. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass in den Jahrhundert so viele mit Hüten durch die Gegend ran sind. Ich wusste, ich würde dich hier finden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich werde morgen nicht mehr begeistert sein und das bestimmt nicht eintönig ist. Aber, Ersteindruck, sehr, sehr, sehr gut. Da kann sich sogar mal Rock 2 von GTA was abschneiden. Wie die Straßen hier. So habe ich mir das im 18. Jahrhundert echt vorgestellt. Das muss ich sein. Bitte, lass mich weg! Just hit! Vielen Dank.